Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen auf der Anmeldeseite für die Online-Business-Expertenwoche. Ja, Online-Business, das ist ein ganz wichtiges Thema für ganz viele von uns Einzelunternehmern und Einzelunternehmerinnen, uns Coaches, Trainern, Therapeuten, Beratern. Ja, viele haben erkannt, ohne Online-Business wird es nicht so richtig. Also es ist ganz wichtig, dass du heute ein Online-Business-Konzept hast, damit du da draußen gesehen wirst, dass du als Experte oder Expertin wahrgenommen wirst. Und letztendlich natürlich deine idealen Kunden findest und gute Umsätze machst, damit du von deinem Herzens-Business gut leben kannst. Ja, und trotzdem gibt es da draußen so viele Informationen, viel zu viele Informationen. So viele erzählen dir, sie haben das ultimative System und sie wissen ganz genau, was du jetzt genau machen sollst und was nicht. Und vielleicht bist auch du schon etwas verwirrt und denkst, dir geht es nicht ein bisschen einfacher. Und ja, vieles kann man auch nicht so glauben, diese ganzen Sachen mit reich über Nacht, das interessiert dich ja eigentlich gar nicht. Du willst nur einfach wirklich endlich einmal gute, solide Tipps von Leuten, die authentisch sind, von Leuten, die integer sind. Ja, und genau deswegen habe ich eben diese Online-Business-Expertenwoche ins Leben gerufen. Mein Name ist übrigens Maike Hohnwater und ich helfe schon seit vielen Jahren Leuten, also Einzelunternehmern und Einzelunternehmerinnen dabei, dass sie ein erfolgreiches Online-Business-Konzept erstellen und dann auch umsetzen. Und ich merke, wie verwirrt viele Leute sind und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade mal einfach aus meinem Netzwerk ganz viele Experten ein, die selber eben diese Stufen schon gegangen sind, die du vielleicht jetzt gehen willst. Und so bekommst du 25 authentische Erfolgsstories, also Leute, die sich nachhaltig ein Business aufgebaut haben. Und ich kann dir jetzt schon verraten, keiner hat das über Nacht gemacht. Da ist immer einfach auch Arbeit dahinter gewesen. Und das sind Experten rund um dein Thema Online-Business-Aufbau. Und ich habe sie gelöchert, ich habe ihnen ganz viele Fragen gestellt. Und du kannst jetzt einfach von diesen Interviews profitieren und bekommst ganz, ganz viele Experten-Tipps rund um zum Beispiel deine Positionierung und dein Personal Branding, rund um deine Texte, rund um deine Social-Media-Auftritte, um deine Funnels, um den Aufbau von deinen Online-Programmen, um den Aufbau von deinen Online-Kursen und natürlich auch solche Sachen wie Mindset, also wie kannst du dein Erfolgsmindset schaffen, wie kannst du dein Geldmindset schaffen. Und das alles von Leuten, die erfolgreich sind, die es schon ganz weit gebracht haben. Und diese 25 Interviews sind absolut kostenlos. Und obendrein bekommst du sogar noch ein Bonus-Interview mit der Angelika Buchmeier, mit der Expertenflüsterin, die ich ganz genau gefragt habe zum Thema Experten, das sind doch die anderen, oder? Und sie einfach gefragt habe, wie wird man, wenn man jetzt noch kein Experte ist, was muss man machen, damit man eben als Experte oder Expertin wahrgenommen wird und seine Experten-Nische findet. Ja, wie gesagt, diese Interviews gibt es alle absolut kostenlos. Und das ab dem 18. Februar. Da werden die ersten fünf Videos, die ersten fünf Interviews, einen Tag lang freigeschalten. Dann kommen die nächsten und so weiter. Und so kannst du eben insgesamt 25 Interviews in dieser Woche sehen. Und alles, was ich dazu brauche, alles, was du tun musst, ist einfach, dass du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse einträgst, damit ich dich eben rechtzeitig informieren kann. Eine Facebook-Gruppe gibt es auch. Also für Austausch ist gesorgt. Und ich freue mich total, wenn ich dich mit dieser Online-Business-Experten-Woche informieren kann und vor allem auch inspirieren kann, wenn du siehst, wie Leute es wirklich geschafft haben und dass ganz bodenständige Menschen sind, die heute sehr viel Erfolg haben. Und einfach so, dass du siehst, das ist auch für dich möglich. Und es gibt da draußen ganz viele Leute, die dich unterstützen und die dir helfen können. Ich freue mich total, wenn du mit dabei bist. Trag dich einfach ein. Und ja, wir sehen uns dann in der Online-Business-Experten-Woche. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal.